So, ich bin jetzt hier im Baumarkt und ich werde immer gefragt, welche Kabel kann ich nehmen? Ich zeige es euch mal. Hier habt ihr 10 Quadrat, das ist für Lakowski Spule geeignet. Hier haben wir 6 Quadratmillimeter, auch geeignet für Lakowski Spule. Aderleitung steht drauf. Auch hiermit kann man was anfangen. Ja, im Grunde genommen geht ihr hier an, das ist egal, wo die ganzen Kabel sind. Und dann guckt ihr mal. Hier haben wir zum Beispiel das Lautsprecherkabel, was man so für einen Gürtel verwenden kann. Also ihr findet hier eigentlich alles, was ihr braucht. Das ist da, was wir mal gucken. Aber hier gerade diese gelb-grünen sind oftmals geeignet, die ganz dünnen hier. Ja, kann man auch was mitmachen. Muss man sehen. Ja, in dem Fall doch relativ simpel.